Hallo Freunde von X-Plane. Heute fliegen wir mal mit dem Heli der EC-135 von Granbitten, das ist im Zillertal, nach Innsbruck und werden dort auf dem Dach der Klinik landen. Viel Spaß bei diesem Flug und bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020